Topfgucker TV empfiehlt Hallo, herzlich willkommen heute in Steinbach. Ich bin der Ralf Müller. Ich bin der Erfinder vom Dresdner Kaffee-Likör und vom Eierschecken-Likör. Und worum es heute geht, erzähle ich Ihnen drin. Sie werden sich fragen, warum heute hier? Heute geht es um unseren Moritzburger Karpfenlikör. Der Karpfenlikör sind leckere Kräuter, klar, geheim. Und dazu erkläre ich Ihnen heute einen panierten Karpfen. Das Rezept habe ich kennengelernt von einer älteren Dame. Und ich muss es unbedingt weitergeben. Und der Karpfenlikör passt wunderbar dazu. Sie wissen ja, Moritzburg, 700-jährige Geschichte. Und immer in den Monaten mit R. Also von September bis April gibt es Karpfen. Und das ist natürlich die Zeit, in der man auch den Moritzburger Karpfenlikör gut genießen kann. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de Karpfenlikör Untertitelung des ZDF, 2020